Hi, ich bin AmiK, Freunde und heute spielen wir eine Troll-Mega-Rampe. Troll ist ja immer was Gutes, nicht. Werden dabei Stani, Russak, Amir, Like, Abo, den Glocke aktivieren. Wir gehen rein, let's go. Oh, Jungs. Jungs. Herzlich willkommen bei der Troll-Rampe. Die Troll-Rampe, was soll denn da Troll sein, Bro? Ja, wirst du ja sehen. Ich weiß es auch noch nicht. Warte mal, musst du hier jetzt einfach runterfahren, oder? Nein, 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 ich glaube, das ist... Die hinten ist doch, Jungs. Ciao, Jungs, ciao. Hä, Mann, siehst du alles an uns, Jungs? Was? Oh mein Gott. Ja, du bist der Umdreh, Jungs, du siehst auf dem Kart-Train. Bro, ich wurde so getrollt, Jungs. Ungelogen. Hä, und jetzt? Warte mal, wohin denn jetzt, Alter? Ist wieder falsch? Und jetzt, wohin? Ja, jetzt geht's runter. Ich geh die Grüne runter. Ich geh Gelb runter. Jungs, ich geh die Grüne runter. Wie, es gibt hier mehrere? Oh mein Gott. Ey, ich fall direkt raus. Okay. Was, wie schwer sind die? Oh mein Gott, es gibt gar keine Gelbe. Bro, das ist die Hard-Control-Rampe. Bro, das ist die Hard-Control-Rampe. Und, warte mal, wenn ich jetzt hier falsch fahre, muss ich um vorne anfangen. Ja. Der muss beim letzten Checkpoint wieder hoch. Bro, also ich sag euch so, wer hier sabotiert will und alles drum und dran, das wird geisteskrank. Ich sag euch, wie es ist, ich drehm mich nicht weit aus dem Fenster, aber eine wird schon schreien. Boah, wie viel lang fliegst, tschüss. Oh mein Gott, die Rampe ist auch so dünn. Jürgen, die ist so schwer, Jürgen. Ja. Nooo. Oh mein Gott, ich flieg raus. Nein, ich auch. Ey, aber müssen wir die runterfallen, jetzt die Grüne, oder was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber die Grüne sieht so mittig aus von dem Punkt, wo unten siehst und den Gelben. Aber es gibt keine gelbe Rampe, oder? Ah, ey. Oh mein Gott. Ey, what's up, Bro? Warum täuscht du denn? Also fahren jetzt alle Grün runter, oder was? Ja, das ist... Es kann jeder richtig sein. Aber es gibt auch Rot, ne, by the way, Jungs. Also ich weiß, was ihr da die ganze Zeit macht. Ah, wir da haben. Ah, wir da haben. Tschüss. Jungs, ich schaff nicht mal das Erste runter. Aber, kennt ihr, dass man das verlangt, wenn man spawnt, direkt das Gras zu drücken und dann spawnt man dann in die falsche Richtung? Nee. Nee. Jungs, wir schaffen nicht mal Checkpoint 1, Mann. Jungs, wir schaffen nicht mal die Erste Rampe, Mann. Oh mein Gott! Der Michael ist Erster, wie das? Warte mal. Oh mein Gott, auf Wiedersehen, Jungs. Na, ich bin runtergefallen. Warte mal, die Grüne Rampe endet unten, die geht gar nicht runter. Wie? Ich bin runtergefallen, gerade bei der Grünen. Äh. Hä? 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 Jungs, grün ist richtig, grün ist richtig. Hä, sicher? Du seid nicht weggeflogen, MBK. Digga, Jungs, ich weiß nicht, wie ich hier fliegen soll mit dem Dinger. Also MBK labert einfach nur Müll. Mann, nein. Ich, bei mir war wirklich... Bro, ich werde jetzt so Zeitlupe hier runterfahren, ne? Jungs, Jungs, ich sag euch alle, hier mein Flugzeug ist geil. Wie? Oh nein. Oh nein. Warte, oh nein. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kakerlake. Kakerlaken. Kakerlaken. Ich weiß noch nicht, wie ich stehen werde. Wie? Auf wen? Ich werde auf Russland gehen. Hat er euch beide getrollt? Wow. Bro. Nee, nee, er wollte mich streuen. Ich bin ausgewichen. Bro, ihr wart kakerlaken. Jo, was ist das? Ich bin ausgewichen. Digga, ich spawn einfach auf der Rampe drauf. Wie? Mir reicht's. Mir reicht's. Ich glaub, das... Bro, wer fliegt? Das ist wirklich Hardcore. Also das ist... Oh mein Gott. Nein. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin... Alter, Amiel! Jo! Wie war jetzt? Du fällst... Hey, was war das denn, Amiel? Wie dumm war das denn? Nein. Aber es war knapp. Ich hab was geschafft. Ja, ja, es war knapp. Oh mein Gott, ey, das ist Hardcore, Jungs. Ey, ich find's einfach. Ich sag ehrlich, ich find's einfach. Ich auch, ja. Taktik ist immer einfach. Kakerlaken. Stani und ich, wir... Kakerlaken Stani. Kakerlaken Stani. Nein. Hä, Stani ist grad in Zeitlupe umgedreht. Also ey, was machst du? Bro. Oh mein Gott, ist die hart, Digga. Ich check's selber nicht. Bist du im Flugzeug? Stani! Schwarz. Ah, Junge! Alter. 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 Ich sag nicht, ey, das ist mit Abstand die Scheiße. Bro! Was? Hä? Was ist das? Hey! Ich bin schon wieder getrollt! Jungs, ihr müsst ausweichen. Ihr müsst ausweichen. Jungs, ihr müsst schwindlich! Jungs! Ich hab's geschafft. Ich bin aber oben drauf. Junge! Oh mein Gott! Ey, ich bin direkt ausgewischen. Ja, aber ich wusste das auch nicht. Arnie, du bist der Krasseste. Du bist direkt ausweichen. Danke! Jungs, es geht weg, die kleinen Kakerlakis. Aber rustig fährt doch jetzt runter, oder? Nein, 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 nein. Junge, ich bin hier... Ah! Ah! Jungs! Jungs! Let's go! Jungs! Digga, was soll das denn? Er fährt die blaue runter. Er fährt die blaue runter. Ja, ich glaub, die muss man jetzt auch. Bro! Oder? Guck mal, wie man spawnt, Digga. Wo bin ich? Jungs, du spawnt. Übelkomisch. Bro, das ist so verschickt hier. Ich komm runter! Und jetzt weißt du ja, dass du die blaue runterfahren musst, Russack? Ja. Keine Ahnung, ich geh mal davon aus. Hä, warum... Russack ist nur am Beyblade wieder? Nein! Wir müssen echt blau runterladen. Er runterfahren. Das Ding ist... Ich bin Erster. Ja, Bro! Ich bin Letzter! Ich bin Zweiter. Ja, gut. Ja, du gehst dir jetzt in Beyblade, Bro. Du gehst dir jetzt in Beyblade rein. Jungs, das ist ne Rampe. Hier braucht man Gefühl. Ja, Real Talk. Gefühl, Junge. Nicht einfach... Guck mal, da merkt man wieder, wer der Beste ist, weil... Arm hier einfach drauf los. Ah! Ganz genau! Mann, Digga, was... Hier Erster Platz! Was gehst du mir denn auf den Sack, Bruder? Hier Erster Platz! Brustack, was ist los mit dir? Bro, was soll ich machen? Ja, ist deine einzige Intention bei Megarampen nur Leute runterschubsen, oder? Bro, MBGK, was soll ich denn machen? Nein! Gar keinen Sinn! Ja, MBK, das hieß du jetzt mal! Das macht der bei mir auch immer so! Dein eigenes Karma, Bro! Dein eigenes Karma, MBK! Hä? Wie? Wann mach ich das überhaupt bei dir? Hä? Das verstehe ich nicht. Mach mal schneller, du Reppner! Alter! Siehste, und das war dein eigenes Karma, Bro! Shadi! Shadi! Ivo Bro, Bro! Oh Gott! Ich bin gestoppt mit einer Rampe! Oh mein Gott! Ciao Shadi! Das ist stark, Arm hier! Ja, du hast Glück gehabt! Du hast Glück gehabt! So! Digga, ich crash direkt, instant, Bro! Nein! So, langsam rein! Runter, 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 runter! Hä? Bro, was ist das denn? Hä? Ey, mein Gesicht darf ich da nur die ganze Zeit kaputt gehen! Ey, Bro! Ich komm nicht klar, Bro! Wie soll man hier abfliegen, Bro? Ich glaub, wir trauen beide, ne? Junge, wir können nix machen! Digga, wie schafft man das hier zu fliegen? Und tschüss, Jungs! Hohohohoho! Hä? Ja, nein! Nein! Bro, wie macht man das? Ich hab's geschafft! Ich auch! Ich hab's auch geschafft! Wie unten drunter? Ich hab's geschafft! Direkt first try, Digga! Ihr seid ihr schlecht! Junge, beim ersten Mal bin ich mit Bug gestorben oder so! Ja, aber Hings! Alter! Ja, nein, nein! Weil ihr im Speed reingefahren seid! Ich bin rückwärts reingefahren! Ja! Weil dann bist du vor langsam! Wenn du reinfliegst! So! Jungs, ich schaff das nicht! Mein Flugzeug ist jetzt die ganze Zeit zu schnell! Hä? Was ist das jetzt für eine Rampe? Ich bin dauergetrollt, Jungs! Digga, wie soll ich das jetzt schaffen? Nein! Ich hab's auch gemacht! Wie, wie, wie? Jetzt müssen wir die gelbe nehmen! Hä? Sicher? Wie, Stani? Vergelb ist nichts! Vergelb ist nichts! Digga, ich häng hier fest mit dem Flugzeug! Wir müssen die Rote nehmen, Bro! Die Pinke! Stani, wie bremst man ab? Ja, oder die Pinke! Ja, Pink wieder! Nee! Pink ist auch nicht! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Ist das eine... Oh mein Gott, ich weiß welche! Armin, ich weiß ganz genau auch! Katastrophe, Digga! Okay, ekelhaft da! Okay! Welche muss man? Welche muss man? Rote? Die Schlau mit Anlauf wahrscheinlich! Und die muss man kurz... Digga! Da ist ne riesige Lücke, Jungs! Das schafft man gar nicht! Jungs! Ich muss das dazu machen! Okay, und? Das macht gar keinen Sinn! Ey, was denn? Was hast du da gemacht? Bist du so? Rückwärts, rückwärts! Ansonsten wirst du gedingst! Ah, gestopft! Verlierst du den Nut! Verlierst du... Digga, ich bin grad ganz woanders! Digga, was ist... Rückwärts? Digga, was ist... Guck mal, guck mal, guck mal, wie man dich trauen kann einfach! Wer will rückwärts fahren? Alter, ist das eklig! Ah! Du kleine 1.30er! Jungs! Hey! 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 Ja, Jungs! Man muss doch rückwärts, Jungs! Das wird ja nie was... Das wird ja nie was werden, Jungs! Junge! Digga! Digga! Habt ihr's? Wer muss... Wer hat gesagt, dass wir rückwärts müssen, Bro? Das ist doch richtig! Das ist richtig! Das ist richtig! Ich hätte doch vorwärts fahren können! Nein! Das ist ein Stopper! Hab ich versucht schon! Ach so! Ja! Und rückwärts aktiviert der Stopper nicht! Okay! Krass! Du kommst runter! Nein, nein, nein! Dann hast du hier so einen Lack! Nein, nein, nein! Komm ich nicht! Ich hab's geschafft! Let's go! Nein! Bro, du hast doch alles Amir so einen Beyblade gemacht da unten! Ich schwöre, das war auch komplett nur Glück! Wer? Nein! Alter! Ro-Alter! Ro-Alter! Ro-So! 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 Jetzt wüsste der größte Hund dich an, Bro. Wirklich. Also, ich wollte... Ich wusste, dass... Ey, Bro! Wer war das? Jetzt ist die Frage, welches Auto? Nein, er hat Golfkant, er hat Golfkant, er hat Golfkant. Bro, er ist so ein Hund. Armin hat einen Golfkant. Ey, wenn du sagst, macht das echt keinen Bock mehr zum Spiel. Sag ehrlich, ey. Bro, was soll ich denn machen, Bro? Du bist ein Esel, Alter. Ia, ia. Oh, oh, oh. Das Ding ist, Armin hat einen Checkpoint. Oh mein Gott, ich bin durch, auch. Stani, letzter. Wie, ein Checkpoint ist ja durch, was laberst du? Wie? Warte, guck mal, das Ding ist, Armin hat jetzt einen Golfkant und ich hab ein normales Auto. Wie? Hä, wie? Ja, du hast den richtigen Weg ausgewählt. Happy Burs, dass du rechts geflogen bist, so ekelhafter. Ja, dein links, dein links. Ah, ja, ja. Normales Auto. Ja, normales Auto. Ja. Welche, bist du geflogen, Amy Kane? Hey, links. Wirklich, ich schwör's, ich hab einen Kuruma. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Rein, 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 rein. Nein, mann, Rucksack, du bist doch ein ebeloser Benge, Alter. Oh mein Gott, ohne Spaß. Ich bin Rucksack-Fan. Ey, Jungs, ich sag euch ehrlich, das ist die schlimmste Rampe, die es gibt. Oh, ich fall mir bald. Ja, vor allem, dass man unterschiedliche Autos nehmen kann. Wenn ich im Flugzeug bin, Jungs, ich werd Flugzeug nicht mehr verlassen, nur so eine Ansage. Das Ding ist, man weiß trotzdem nicht, welcher Weg es richtig ist. Ey, warte mal, wir fahren gerade alle drei verschiedene Rampen, das kann doch sein. Ich weiß, welche Richtung ist. Ey, Bro, ich war so gut auf diese Rückwärtsrampe schon raufgefahren, Mann. Stani, guck mal, du hast jetzt kein Handicap. Wir haben für dich rausgefunden, dass da Golfkarte ist, die eine Rampe ist vorbei. Halt deine Klappe, Bro. Du musst auch mal positives sehen, Bro. Lass es nach deinem ersten zu sein, Digga, da weißt du nie, was du holst. Oh mein Gott, Bro. Oh. Ich weiß, wo es ist. Oh. Ich weiß auch, wo es ist. So, jetzt, Leute, jetzt, 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 jetzt. Aber ich bin trotzdem erster, bist du gerade respawned, Russick? Ey, Jungs, ihr seid falsch. Ich bin, by the way, gerade blau runtergefahren, aber macht mal, wie ihr denkt. Bitte, Leute, bitte, bitte, bitte. Ich höre und sage, ich bin, real talk, ich lüge nicht, blau ist falsch. Bitte, bitte, bitte. Mhm. Ja, okay. Bitte, bitte, bitte. Ich bin auch gerade grün runtergefahren, Bro. Bitte, bitte. Hä, warte, grün ist auch falsch? Blau ist auch falsch. Hä? Was? Hä? Hä? Warte, wo soll man... Brooo! Hä, wo soll man hin? Warte mal, wo soll man hingehen? Ich weiß es nicht, vielleicht mittig einfach. Nein. Ich werde so nicht weg. Aber jetzt ist es nicht blau, also wenn du da bist, ist es... Nee! Oh mein Gott, ist die Rampe crazy. Ey, Bro. Hey, ich check den Troll jetzt. Das bockt so nicht, Bro. Ich war unten und ich werd wieder getrollt, Mann. Ey, das muss echt verboten werden, Leute. Und wem wurdest du getrollt? Ja, Bro. Vom Russack wieder, Digga. Es bockt einfach nicht, Alter. Ohne Spaß. Ist der Flugzeug? Ja, Bro. Er versaut immer alles, Alter. Er versaut jede Rampe ohne Spaß, Mann. Ich hab dich einmal sabotiert, Bro. Ja, Bro. Ich kann dich auch die ganze Zeit sabotieren, cool. Aber hast du den richtigen Weg gefunden? Ja, bei mir ist es grün. Mann, jetzt komm ich... Und dann auf der schwersten Rampe sabotiert er mich, Bro. Und statt auf so einer einfachen, nein. Bro, Bro. Er sabotiert mich hier, wo ich rückwärts so auf Glück runterfahren muss. Bro, was soll ich denn? Ich bin so froh, dass ich da... Ich bin so froh, dass ich das direkt First Try geschafft hab. Ich auch. Ja, Bro. Jungs. So, sagt mir mal, wo Russack ist, Leute. Sagt mir mal, wo Russack ist. Ich bin jetzt erst mal zurück. Jungs. Sagt mir, wo Russack ist. Ich bin doch da. Ich bin oben. Ist irgendeiner schon weitergegangen bei diesem Rätsel? Ja, ich. Ja, welche Farbe? Grill. Das bin ich. Okay, danke. Ja. Er ist doch rot, Bruder. Ja, aber Bro, hier sind so viele Autos, weil... Nein, Armin ist immer orange, ich bin immer gelb. Bro, ich sag dir, wie es ist. Es ist gar nicht so einfach, mein Lieber. Guck mal da, wer kommt da? Alter. Moin, Steini. Nein. Nein. Ist die Rampe crazy, Alter. Nein, ist doch wirklich links. Oh. Hä, Bro? Ich sag... Ich sag nicht. Ja, ich sag dir trocken. Nein. Ich kann nicht. So, welche muss ich jetzt runterfahren? Grün. Grün, grün. Ich kann nicht. Mann. Ich kann nicht. Klar, Jungs, diese Rampe ist genial. Viel Spaß, Fanny, mit Golfkart. Viel Spaß. Jungs, diese Rampe ist zu gut. Zu gut. Der Armin hat auch Golfkart genommen. Oh no. Ja, aber Armin hat es als erstes rausgefunden. Ich habe nur durch Armin keinen Golfkart bekommen. Ja. Bro, ich dachte, MBK trollt wieder. Nein, Bruder. Ich troll doch gar nicht. Bro, du bist der größte Troll, den ich kenne. Guck mal, er schießt gegen alle. Er ist der heftigste, ne? Digga, er ist so... Ey, Jungs, ich sag euch ehrlich, lasst mal bitte wieder auf Russack alle gehen. Gerne. Jungs, Jungs, Jungs. Er ist wieder Erster. Weil er wieder Leute sabotiert, Bro. Jungs, ich hab einfach Angst. Jungs. Ach, Mann. Schon wieder am Ende falle ich. Jungs. Ja, ich auch. Ich auch. Juhu. Ach so, Rolf, gerade Michael? Nee, ich hab ja die weit gesagt. Ähm. Ich hab ja die weit gesagt. Ähm. Warte. Komm, lassen wir Steini runterfallen. Von alleine. Ja. Ich bin am Anfang, Bruder. Für dich wär's auch ne Zeitverschwendung. Ich fahr jetzt wirklich Zeitlupe runter. Ich fahr jetzt wirklich Zeitlupe runter. Ich fahr jetzt wirklich Zeitlupe runter. Jungs. Äh. Ich fahr jetzt wirklich Zeitlupe runter. Ja, Russack, mach mal deinen Spaß, dass du hier durchrushst und so. Mach mal deinen Spaß. Ach, Digga. Wir haben hier zu dritten unseren Spaß. Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Oh, ich sag ehrlich, ich lass noch wirklich nächstes Mal ohne Russack zocken. Das ist Bock. Was soll das denn, nur wie dich einmal sabotiert hat? Also nein, bin ich aber auch für. Äh, bin ich auch für. Danke, danke. Du hast mich auch viermal sabotiert, Russack. Ich hab dir nicht einmal was getan. Nein! MBK hat einfach dir Golfkart gegeben, Digga. Nee, hab ich gar nicht. Ja, ich bin ehrlich. Moin, Meister. Guck mal, Russack, wir haben noch Baybladen und so. Wo ist das Ziel? Bro, es ist wieder. Es ist wieder. Ich bin auf dem Dach gelandet. Ja. Golfkart kannst du echt vergessen, Junge. Golfkart ist Horror. Jungs, ich bin einfach auf den Deck. Oh mein Gott, Army, wie machst du das gerade? Keine Ahnung. Bro. Ey. Junge, das Ding ist, die haben Golfkart so gemacht, man kann nicht mal abbremsen. Ja. Mein Baybladen drunter. Ich kann nicht mehr, Jungs. Boah, endlich! GG. Ah, MBK, wie sauer wärst du? Hey. Oh mein Gott. Du Kleider. Bro. Russack-Hund. 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 Hund, 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 Hund. Danke, danke. Ey, das ist so krass. Ich war vorm Ziel und er hat einfach gerade einen Kamikaze-Flug auf mich rauf gemacht, aber trotzdem hat er nicht getroffen, ne? Oh, er hat mich wieder runtergepickt, Junge. Oh nein. Jesus, krass. Ey, Russack, du bist so ein dumm Schüler, Alter. Kein wunderbar, wie du das leidest. Nein, 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 nein. Ich habe gar keinen Spaß. Wohlen Spaß. Alle hast'n Russack. Hey. Ja, weil er nur auf Freunden ist, Junge. Bro, was soll... Es ist ja auch die... Es ist ja auch die... Bitte geht alle auf ihn, Alter. Bitte. Es ist doch auch die Troll-Rampe. Es ist doch auch die Troll-Rampe. Es ist doch auch die Troll-Rampe. Weil Russack ist ja ein Irren-Mann. Irren-Mann. Wie ich. Ja, so wie letztes Mal hast du auch gesagt. Jungs, ihr dürft nicht vergessen, es ist auch mal die Troll-Rampe. Was ist das denn? Junge, ja die Troll-Rampe. Die Troll-Rampe. Sorry Stani, sorry Stani. Oh doch, Glück gehabt. Ja, alles gut. Wenn's aus Versehen passiert, sah ich nichts. Aber Russack macht's bewusst, Bro. Hä? Hä? Äh, Armin, es ist by the way... Blau, ne? Nein. In Ernst? Ja. Also, es ist gerade Ausland. Ja, es ist auch... Ja! Wie? Auf'n Dach gelandet? Ja, das hält's gerade einfach blau runter. Ja, ist mir vorhin auch passiert. Ist mir vorhin auch passiert. Bitte, 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 bitte Das war aber ganz krass. Er hat mich mitgenommen, Alter. Sehr gut, sehr gut. Du hast mich auf den Flügel eingequetscht, hast du gesehen? War das bei dir auch so? Als nächstes kommt die blaue Rampe. War das bei dir auch so mit Flügel? Ja, du hast mich wirklich mitgenommen. Man respawner, man ist direkt jedes Mal getrollt. Ich sag euch ehrlich, das ist so anstrengend. Das ist so... Digga, die blaue Rampe mit diesem... Mit diesem Geländewarkt ist echt schwer, Alter. Was, Amir? Sieht doch nicht irgendwie, es geht auch orange oder gelb. Orange oder rot, bist farbenblind. Ich check das nicht, Jungs. Das ist echt nicht ohne. Hä? Jetzt war die blaue, mit dem Truck war die blaue. Amir, was machst du denn hier? Oh nein, Mann. Scheine hat mich aber überholt. Ach, du bist noch ein Auto vor mir. Ja, na klar, Bro. Rush doch durch. Bro, ich bin doch... Jungs, ich bin gleich unten, sagt mir, wie er wo ist. Und ich werde ihn erstmal... Er muss die rote Rampe runterfahren. Ja, dann werde ich mal bei der roten Rampe einen schönen Abstecher machen. Ah, Digga. Ich schaue es nicht mal genauer rückwärts drauf zu fahren. Ja, ach siehste. Und mich hast du da getrollt, du. Oh Gott. Ja, okay, man muss befreundlich. Junge, man muss befreundlich runter. Ja, okay, man muss befreundlich runter. Ich check's nicht. Bro, du bist ein Ränder, ich bin voll auf dich geflogen. Was kann ich dafür? Hey, ich kann nicht werden. Ja, das war echt nicht mit Absicht. Oh mein Gott. Ja, runter. Oh ja, da hast du mich runtergekickt. Ja, Stani entspann dich doch mal ein bisschen, entspann dich. Locker bleiben auch mal. Komm mal locker bleiben. Maaaaaaaaaaannn! Das regt mich so auf, oh mein Gott. Da wird jetzt immer rote Russack. Bro Jungs. Ey, was hast du hier? Was hast du hier? Was sollte das denn jetzt? So, ich mach jetzt die Rentner. Rentner, 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 Rentner. Ich war auch Rentner. Wegen Army ist mein Auto jetzt kaputt gewesen, ich muss respawnen, weil ich die ganze Zeit nach links gezogen bin. Oh nein, ich bin da, wo ich jetzt nicht mehr beendet bin. Digger, als ob du bei mir bist. Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt machen wir mal, dass Army erster wird. Oh ja, dafür wäre ich auch. Oh ja. Digger, wieso? Bro, ich werde jetzt so gleich auf Russack gehen. Lebst du noch, Michael? Lebst du noch? Nee, ich bin da. Oh mein Gott. Bro, das Ding ist, Russack hat so viel Glück, Digga. Oh mein Gott. Die fliegt so... Ja, er wird gleich... Nein! Digger, das ist echt nicht ohne, ich sag dir ehrlich, was ist. Ja, 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 ist es sonst. Das ist echt nicht ohne. Jetzt vorne, wenn gleich wieder so ein Poklafter von Army kommt, ohne Sinn. Gib ihn mal, gib ihn, sabotier ihn Army, sabotier ihn. Army sabotier ihn, ich bin unten. Ich bin unten. Ich werde ihn jetzt rauskicken direkt. Ich werde ihn jetzt direkt rauskicken. Der ist oben, der ist oben. Das hat keinen Sinn. Ja, Russack, sag du, du musst dich schon, lass dich auch nicht in Ruhe. Rekt das auf. Also... Bro, kein Plan. Er fährt jetzt runter. Jo, ich komme. Rote Rampe, rote Rampe, rote Rampe. Ah! Stani! Bro, wie geht's, Bro? Alles gut! Hey! Russack! Yo! Tschüssi, Russack! Nein! Er hat mich so sabotiert. Ey, Stani, jetzt... Guck mal, jetzt sind wir Quid. Guck mal! Dieser Dings macht gar keinen Sinn! Willst du wie lange nicht, Bro? Wie? Ja! Let's go! Ja! Rosé! Hä, ich bin hier in der Box. Guck mal raus! Du musst respawnen, du musst respawnen. Digga, ey, jetzt hat Armin mich überholt. Wie gesagt ehrlich, Armin gönn ich das. Danke, Bro. Danke, Bro. So, mit dem Auto, Armin, müssen wir wieder blau runterfahren oder was? Digga, also... Mit welchem Auto? Wirklich, Leute, ich kann... Ich kann doch jetzt auch nicht wie ein Rentner runterfahren. Ich kacke ab, ich kann das nicht. Dieses Auto ist so scheiße! Es ist so... Was ist das? Ja. Okay. Digga, aber ich lande die ganze Zeit so kacke drauf. Wen hab ich da... Ja, Bro, ich kann doch nicht dafür, dass du alle Rampen mit 5 kmh runterfährst, Digga! Junge, Stani, Bro, ihr spielt doch mal ein anderes Spiel, Digga! Stani macht seinen Führerschein in GTA, Digga! Hä? Warum hat Armin... Armin fällt mit dem Fahrrad rum? Junge, lass Armin in Ruhe. Digga, das ist echt eine Katastrophenrampe. Echt? Ja, und du hast mich da getrollt? Willst du dich jetzt vielleicht mal entschuldigen? Ja, Stani, tut mir leid. Ah, MBK ist so schlecht, also... Ich wollte dich nicht trollen! Junge, dass du das nicht checkst, Alter! Digga, ich krieg jetzt... Digga, Armin hat direkt so schnell das geschafft. Mann, es ist so dumm, es ist so dumm, Digga! Kann ich sehen, da einfach mit Fahrrad fahren. Was musst du machen, Digga? Also, sorry, Digga! Keine Ahnung! Wirklich, dieses Auto, Bruder! Hä? Was macht Armin das? Äh... Ich sag nur, Armin, wenn er auf der Rampe ist, sag mir mal wieder Bescheid! Keine Ahnung, was ich hier machen muss! Sag mir mal wieder Bescheid, okay? Danke! Ja, Rustig fällt jetzt wieder auf die Rampe. Digga, ich fäll die ganze Zeit auf die Rampe. Ich fäll jetzt die Zeit, du Bau! Ich mach jetzt nochmal den Stani! Kurz den Rollator auspacken und dann runter. Junge, ja, hä, das sind... Junge, wie willst du auch so nach dem Rampe schnell runterfahren? Es ist doch wirklich, also... Nein, nein, nein! Digga, es ist doch unfassbar! Digga, Armin, wie hast du es so schnell geschafft, Digga? Keine Ahnung. Bin einfach gut gelandet, danach hab ich... Sooo! Jetzt werde ich mich um jemanden kümmern! Let's go! Ja, okay, ich werd jetzt extra nicht runterfahren. Ah, mir macht er irgendwelche Stunts mit dem Fahrrad, Digga, die ganze Zeit. Bitte! Nee, kann ich nicht! Mann! Wie, du kannst nicht? Bro! Nur wegen Großsack, Bruder! Diese Map, was willst du so ohne Map aus? Nein! Digga! Was willst du denn? Ich bin doch nicht halt auf der Rampe. Ja, ist mir egal. Aber ich bin jetzt gleich vorgerusackt, Jungs! Ja, das ist gleich bei mir. Und da sieht man, wenn man mich nicht freut, was da passiert. Ey, ich hab keinen Angst, was man hier machen muss, Jungs! Oh mein Gott! Ich komm direkt runter! Wie? Bitte! Hä? Bitte! Nein! Wo bin ich? Oh mein Gott, endlich! Digga, was ist das? Ich komm immer schlecht auf! Ich bin... Oh ne, ich bin nicht hin und links! Digga! Jetzt haben wir das Elektroauto! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss! So! Du bist beim Falschen, Bro! Du bist beim Falschen! Ach ne! Nice, nice, nice! Was? Shani ist weiter... Shani ist schon, wo ich bin! Digga, ich muss was ausprobieren! Ich muss was ausprobieren! Es geht nicht anders! Rechts oder links! Oh, es gibt nur eins! Ich bin in der Box, Jungs! Du musst respawnen! Ja, du musst respawnen! Digga! Ja, Russack, das hast du davon! Das ist wirklich Karma! Ich sag ehrlich, Russack hat so schönes Karma heute! Ey, nein! Nicht rückwärts! Du bist beim Falschen, du bist beim Falschen! Mann! Hör doch mal auf, du Idiot! Digga, du bist beim Falschen! Digga, du bist beim Falschen! Du bist genauso toll wie Russack! Ja, ich weiß! Du bist auch mal blau! Fahr doch mal! Ja, fahr doch mal weg! Ja, was machst du? Digga! Wie komm ich denn da hin? Oh mein Gott! Oh nein, ich bin so dumm! Abfahrt! Ich bin so dumm! Abfahrt! Dieses Auto wird jetzt eine Freeround! Bitte! Digga! Sehr stark! Ich find's gut, dass Armin die ganze Zeit mit dem Fahrrad hier rumcruist, ohne Plan! Armin, checkst du überhaupt, was du machen musst? Ich glaub schon! Nein! Die Rückfahrtsfahrramp ist echt am schwierigsten! Nein! Ja, guck mal, Russack, Junge, der sieht ja kein gar nichts, Bro! Digga! Ey! Bro! Es gibt's nicht, es gibt's nicht! Nein! 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 Wenn ich gleich unten bin, werd ich auch wie weit feinchen. Bro, dann habe ich kein Müll! Junge, wenn der Tag lang ist! Danke! Du wappelst so viel Müll, krass, wenn Müll aus deinem Kopf rauskommen! Das was überhaupt möglich ist! Bro! Du wohnst im Müll, Alter! Du hast sogar einen Müllführerschein gemacht, dass du so viel Müll reden darfst, Bro! Also, das ist krank! So... Nein! Nein, Digga! Nein, Leute! Digga, Amir ist gleich durch. Was laberst du? Du hast immer noch Fahrrad fahren, Digga! Nein, du hast es geschafft. Ah, gönn ich dir! Digga, du musst da so weird fliegen, Alter. Das ist echt Skill. Mit dem Fahrrad? Nein, sag mir nicht Gleiten! Echt Skill? Okay, da ist Rostrad raus. Und mit Gleiten, ja, ja. Oh, ich kann nicht, ich habe keinen Kontroller angeschlossen. Wie mit Gleiten? Was für Gleiten? Ey, muss nicht Gleiten. Was geht denn jetzt ab? Bitte? Bitte lange noch mal. Digga, haben wir, oh mein Gott, Bro. Er ist gerade wie, als wenn er so ein Butterbrot geschmiert hat, reingefahren. Und, Rostrad bitte runter, bitte, Rostrad. Nein, Rostrad hat es geschafft. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich habe gerade kurz überlegt, umzudrehen und Rostrad vom Dach runterzuschubsen, aber ich habe keine Zeit gehabt. Wir haben keine Zeit gehabt. Bro, MBK, wenn ich dich da schon wieder sehe, du bist wirklich schnell... Das war ich, ich bin oben! Für mich bist du noch schlimmer als Rostrad. Ja, ja, ja. Oh nein, das war Rostrad. Nein, ich bin jetzt im Flugzeug. Shani, was kriege ich, wenn ich dich sabotiere? Hä? Guck mal, ich lass dich in Ruhe. Guck mal, ich lass dich in Ruhe. Ich hätte dich jetzt komplett wegsabotiert können. Oh, wenn du mich sabotieren brauchst, ich wäre durchgedreht. Ja, ich weiß. Deswegen, guck mal, ich sag's gar nicht. Ja, ja, ja. Du hättest mich eigentlich sabotieren können, Junge. Digga, hä? Ich bin gerade über dir drüber geflogen. Aber Armin nehmen wir runter. Habe ich Armin? War das Armin? So, wo ist MBK, den wir jetzt erstmal sabotieren? MBK! Oh, Digga. Wo bist du? Alter, was muss ich meinen? Jungs, ich würde einfach Armin sabotieren, einfach auf korrekt. Nee, ich sag ehrlich, Armin gönn ich dir einen Sieg. Armin gönn ich dir einen Sieg vom Herzen. Du musstest mich runtergegangen. Nee, ich muss diese gelben Dinger einsammeln jetzt. Also, da gibt es so gelbe Dinger, ne? Mhm. Du musst nur Checkpoints aufnehmen mit dem Fahrrad. Ja, ja. Hä? Ich mach Buddyhop und Stern, was das denn? Stop, Leute! Ey, ich fahr einfach die Rampe hoch. Die, die man rückwärts fährt. Alter, nein, ich fahr die mit dem Elektroauto. Ey, wie soll man denn da hinten hinkommen? Ey, ihr müsst mich angucken, real talk. Ey, ich weiß nur, wie ich da hinten ankomme, weil ich Armin zugeschaut habe. Ey, du musst links, links, fahr links, da gibt es noch einen schmalen Weg, links. Ja, mir danke. Okay, Ehre, Ehre, Ehre. Danke, Armin. Links auf der anderen Seite, ganz links, oder was? Nee, ja, links an diesem Kasten musst du vorbeifahren. Ah, ich seh's. Oh my God, danke, Armin. Danke, danke, danke. Kein Ding, Bro. Nein. Junge, guck dir an, Russack, dieser Eklige. Warum? Ich treufe hier wieder. Ey, ich kenn den Weg. Warum, hä? Ich kenn den Weg bei Dings. Sei froh, Junge. Oh, Digga, ich bin so geplatzt wie ne Bombe, Digga. So. Das geht nicht. So viel Mühe gemacht. Ey, was ist das hier? Rück! Oh Gott. Das geht nicht, Digga. Jungs, 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 ich sag euch, MBK ist richtig am Verzweifeln. Wenn der Tag lang ist, ne, also Steini, Russack, beide reden so viel Müll, ne. Armin, wenn ich das Letztes, was ich mache, werde ich dir einen Sieg schenken. Oha. Hä? Korrekt. Okay. Ich hab ne Idee, Leute, ich hab ne übelst krasse Idee. Okay. Digga, wo muss ich hier lang, Alter? Wo bist du? Erzähl mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen, wie man die Wege teilt. Ob du es mir glaubst oder nicht, Bro, ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss. Also kein Echter, dass du noch gewinnst. Welches Fahrzeug hast du genommen, rechts oder links, Armin? Ey, das gibt es nicht. Oh mein Gott. Links hab ich genommen. Echt? Ja. Ich weiß es nicht. Welches Fahrzeug? Welches Fahrzeug, Armin? Sag es. Ich hab ein Monster Truck-Ding gehabt. Nein! Was denn? Ich hab doch Revite gesagt. Ja. Ich hab keinen Monster Truck, Bro. Was hast du? Ey, ich küsse eure Augen. Ahhhh! Weckern hier! 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 Oh mein Gott! Let's go! Ich hab gelbes Auto first try gemacht. Ich glaub schon. Ich bin mir grad unsicher. Digga, ich mit meinem Taco-Wagen. Oh mein Gott, mit dem Taco-Wagen. Das war's mit Russack. Das war's mit Russack. Russack, den werden ich hier unten sehen. Digga, ich hab Taco-Wagen immun gegen Flugzeuge wenigstens. Moin. MbK, Moin. Moin. MbK, Moin. Dass du mich mal trollst. MbK ist alles wieder troll. Guck, guck, guck. Guck mal, wie sauer MbK ist. Also ich will nichts sagen, aber Taco-Wagen first try. Was? Ja, der war echt nicht schwer. Aber war easy. Wieso? Ich bin direkt runtergebabeled mit dem Truck. Äh? Das ist schon das Ziel hier. Amir! Amir sucht Ziel! Amir sucht Ziel! Amir? Oder bist du so leise? Sondern ich hab das Ziel schon gefunden, nur da drauf zu kommen. Oh mein Gott, ich hab fast auf Resort gedrückt. Digga, das wär dumm gewesen. Ich hab ein Fahrrad. Amir, komm, du musst das machen, Bro. Ey, ich hab... Bin ich auch gleich im Ziel. Man muss das Ziel finden, den Weg zum Ziel. Das ist auch getrolle. Das ist ja nicht umsonst ne Trollrampe, weißt? Hä? 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 Jungs mit nem Fahrrad, wo soll ich da hin? Ey. Ja, da musst du über die Rampen springen. Über die Rampen da. Über die Rampen musst du springen. Und entleiten. Und entleiten. Guck, wie er dich trollt. Nee, du musst nicht über die Rampen springen, die da sind. Amir, wie kommt man da hoch? Bro, keine Ahnung. Da gibt's eine Rampe, aber da sind so slower da. Und du kannst mit dem Fahrzeug nicht rückwärts fahren. Aha. Wie komm ich wirklich über das Ding, Jungs? Ich hab so oft geholfen. Weil er stopper ist. Ey, ganz links, ganz links an diesem Block. Ganz links ist ein schmaler Weg. Ey, Bro, wie ist... Wie ist Russack hier mit dem Takowang runtergekommen? First Try? Hä? Ganz entspannt, Bro. Einfach runtergekommen. Ganz links an dem riesigen Block. Ja, ich gehe an dem riesigen Block ganz links. Bin ich? Ja, da ist einfach schmaler Weg. Hast du gesehen? Ja, ich danke dir, Bruder. Und runter. Ab heute, ich bin Team Russack. Alter, die Rampen ist geslowt. Oh mein Gott. Ab heute Team... Okay, Leute. Wichtig. Team Russack ab heute. Digga, wie soll man sonst... Oh mein Gott, Leute. Das ist die Meter gewesen. Digga... Das ist keine Ahnung, Digga. Ich versuch's grad selber irgendwie. Jungs, wenn ich euer Erster wäre, wenn ich es will... Irgendwie noch eine Rampe finden oder so, ne? Hä? Oh Gott, Leute. Wir hätten es auch direkt First-Try geschafft. Digga. Amir. So, Jungs, ich bin jetzt auch bei euch. Ja, du musst runterkommen. Am Flughafen ist das. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. So. Ziel. Keine Ahnung, Wohin. Ich glaube, frühen. Also, ich weiß es, Jungs. Ich weiß es. Ich weiß es. Keine dumme Idee. Ich komme jetzt, Jungs. Ich komme jetzt. Ich hole mir den Ersten. Hey, respawn drei Stunden. Digga, aber das reicht nicht. Ich hole mir den Ersten. Gibt es eine Rampe oder was? Ja, das ist eine kleine, aber die ist viel zu schwach. Hä? Wo denn? So, hier. Weiß ich nicht, Amir. Zack. Weiß ich nicht, wie er mit der Erfahrt. Amir. 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 Nein, die geht nicht. Die ist falsch. Ja, die ist auch falsch. Hä, wo bist du jetzt, Stani? Beim letzten, ne? Die ist voll falsch. Boah, ich bin beim letzten. Ja, aber ich habe kurz gedacht, ich kann damit holen. Digga, wohin muss ich hier? Man muss irgendwie hochjumpen, glaube ich. Das hat Dinger. Hä? Oh mein Gott, bitte. Ich bin doch eh schon letzter. Ich bin doch hier auf dem Flughafen. Nein, du musst runterspringen. Du musst runterspringen. Digga, wieso das gehen? Also, Rüssi, das nächste Mal, wenn du kommst und sagst, ich will, ich habe eine coole Map, Bro, ich bin noch bei Amir mit. Digga. Wirklich. Weil ich habe keine... Ne, hier gibt es auch nichts. Bro, es ist weird. Digga. So, Jungs. Wo ist das denn? Du bist einfach der Erste, der das Ziel findet oder den Weg zum Ziel. Das ist aber spannend, Jungs. Oh, Jungs, ich bin da. Ja, Steini. Willkommen. Wo ist da das Ziel? Seht ihr das schon? Ja, auf dem Parkhaus drauf. Aber der Weg ist zugebaut. Ich habe versucht gegenzufahren, du bleibst da voll gegenstecken. Also, du kommst nicht durch, das ist eine Wand. Ja, ich kletter hier grad irgendwie ein bisschen hoch. Oh, oh. Bisschen runter. Bitte. Aha. Das geht auch nicht. Hä? Warte mal. Digga. Digga, was? Digga, Jungs, ich schwöre, es bricht nicht. Was denn? Ist das ein Fahrrad? Alles. Nein, mein Fahrrad habe ich schon lange. Aber dieses Auto danach und ich habe aber keinen Bock immer abzubremsen und sowas. Ich habe nie ohne Abbremsen gemacht. Ich check nicht, wie man da hinkommen soll. Nie ohne Abbremsen? Also du hast nie abgebremst, ne? Ich weiß wie. Ich weiß wie. Wie? Nein, diese große Rampe hat einen Slower. Ja, die hat einen Slower. Ah, wie macht das? Tried immer noch die kleine? Nein. Oh! So Müll. Oh mein Gott, war Müll. Digga, sag mir nicht, du hast es jetzt geschafft wegen diesem Lucky Jump. Ne. Was ist das? Das hab ich! Wo ist denn hier eine kleine Rampe? Digga, dieser Wart, oh mein. Wie? Du hast es geschafft. Bro, ich habe gerade gesehen, wie du da hochge... Nein! Was? Ich habe einen Fehler gemacht. Bist du untergefallen? Ja, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Wo ist denn die Rampe? Bro, aber du bist nur mit Lack oben oder? Leute, ich werde jetzt so trei haben. Ich werde jetzt nur abbremsen und keiner von denen ist bis jetzt im Ziel. Ich werde das jetzt hier so durchhusteln. Ich hoffe, grün ist richtig. Ich hoffe, grün ist richtig. So. Nein. Ich war wieder zu schnell. Abbremsen. Ne. Bitte. 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 Ja. Hä? Ich weiß nicht, was abgeht. Nein. Es macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie die das immer spielen. Leute, real talk. Ich kann keine Rampen spielen. Ich kann keine Rampen spielen. Ich kann keine Rampen spielen. Und dann diese Lado-Zong. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Nein. Also davon gehen wir jetzt mal aus. Keine Ahnung. Ihr könnt davon ausgehen. Ich hab's geschafft! Let's go! Ami. Ami sagt, ich gönn's dir hoch. Nein. Bist du richtig drin, Ami? Ich hab die sogar gefunden und hab dann aufgegeben bei der Inti. Ich hab weiter gemacht! Winner! Sehr stark. Ich sag ehrlich, ich stört's Ami vom Herzen. Ich auch. Ich auch. Aber wo ist der nach? Ah, hier. Du musst hochfahren. Der muss links nachfahren. Äh. Oh mein Gott. Aber ich muss ehrlich sagen, die Rampe ist cool. Ja, total. Die war mal was anderes. Die war mega cool. Anders. Cool. Ja, richtig cool. Boah. Ja! Ey, Leute. Guck mal, ich bin jetzt auch fertig. Ich fahr jetzt noch ganz kurz hier die letzten Meter. Also, keine Ahnung. Ich werd aber jetzt auch nur noch tryharden. Das machen die ja auch. Wisst ihr, wie ich mein? Das ist ja nur noch so, ja, DNF in 30 Minuten, in 30 Sekunden. Äh. Keine Ahnung. Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Schaut bei den Jungs vorbei, da gibt's eventuell coolere Sicht als, äh, wie bei mir. Und ich, ich kann das nicht. Hau da rein. Peace.